Hast du das Spiel noch nie gespielt? Ne Mann, keine Ahnung. Das ist wie Mario Party Bro. Oh neeeeee... Erzähl das ist... Digga, ich sag nur jetzt halt Abstand von mir und ihr kriegt Bomben. NICHT Digga, ihr kleinen Pisser Digga! Hä? Was kann fighten? Sag doch! Hab doch gesagt Junge! HÄR AUF MAN! Digga! HÄR AUF MAN! HÄR AUF MAN! HÄR AUF MAN! Verpiss dich auf in der Kölbe Digga! Ey, kleiner Bastard Digga! Du kleiner Hör Digga! Gib mir mal den Schlüssel wieder! Ey, ich hatte so viele Schlüssel Digga! Nein! Ey, ich krieg den Knacks Digga! Ja, 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 ja... Digga! Ich hab David's so hops genommen ey! Halla ja! Letzt, Alter, das ist doch... Ich hab's so in Kauf genommen Digga! Du hast angefangen Digga! Du hast angefangen Digga! Ich hab die ganzen Schlüssel von Davis zu mir fliegen sehen! Ja, ich hab auch ganze Zeitfläche geraumt! Digga, Davis hat so viel auf Schraute bekommen! Ja, siehmal Davis geschlagen Digga! Ich hab nur einmal Hüssam gehauen! Ich hab nur einmal Hüssam gehauen und Hüssam auf einmal! Ja Digga! Auf einmal, ich war vor Hüssam und ich hau ihn auch Digga! Und dann ging's los! Dann lauf ich auf immer mal keine Sackgasse! Du warst fast bei mir, Davis Digga! Geht schnell! Oh ja! Ach Nö! Tschüss! Ich bin jetzt schon raus, doll! Hey, ich seh mich kaum Digga! Ja! Wer ist raus? Ah! Digga, das war knapp Digga! Oh, ich bin auch rausgefunden! Was? Komm Alex! Los! Da! Ja! Ja! Ich hab gewonnen, ne? Nicht schlecht! Alex! Hä? Wieso? Mehr Ringe? Das ist ein Schmutz! Oh! Er packt die Rakete aus! Er packt die Rakete aus! Hey! Hey! Wo bin ich jetzt? Wo bin ich hier gelandet Digga? Oh! Und Item nimmt er auch noch mit! Digga, ist das frech! Bewahr den Laser auf! Das ist wichtig! Der Laser ist besonders! Den kriegt man nicht oft! Da kann ich dringend, wenn du willst! Fass dich auf Alex! Lach doch einfach! Wenn du willst! Geil! Er weiß noch nicht, was er sich für einen Feind gemacht hat! Sehr toll! Boomer! Jetzt hat Alex die kiste oder was? Genau, Alex hat die Küste. Was ist Alex? Alex ist Monte. Zum Glück gar nicht verwirrend gemacht, Jungs. Sehr stark. Ja, ich merke schon. Oh mein Gott. Nein! Bin ich jetzt tot komplett? Nein! Oh, hab ich tot. Nein! Nein! Was spawnt ihr denn alle da, Digga? Ey, ja, Digga. Jawoll. Ey, geh mal weg von mir. Er bleibt einfach oben. Nein! Digga, hey, ich check das gar nicht, Digga. Digga, unten ist Lava, Jungs. Digga, unten stirbt man einfach. Alle drei Arten! Das ist ja crazy. Davis, wir sind so kacke. Und wer fliegt denn so schlecht? Alle. Alle. Die gute Rei. Rolltreppen, Rolltreppen, Rolltreppen. Alle. Alle. Ja, Jungs. Wenn es zwei Leute nicht schaffen, dann muss es ja bei mir klappen, oder nicht? Ja, mach doch dann. Rolltreppen, Rolltreppen, Rolltreppen! Alle. Scheiße, Mann. Das heißt, es ist mal eine andere Truhe. Schöne schnelle Runde, Jungs. Schöne schnelle Runde, ja, Mann. what IP die Auto kommt, auf die Toto T Schönen. Let's go, let's go, let's go. TICH! N FX3 Kugel gegen sauerhaft! Das Spiel mal rippert! N faktiskt nicht. Das ist da stimmt so. Ouuuuuuhhhh. Nein, habe ich nicht gesehen. �analinen 결� advisest. N Is? Davies, Wie? Ich bin Ultran Stinkt. Oh mein Gott. Ultran Stinkt. Ultran Stinkt, Digga. Hammermäßig. Noch ein Geschenk. Und... Darius, wir können uns immer noch keine Kiste leisten. Was ist das? So ist der Muck besser bei mir nicht. Okay. Was heißt das, was heißt das? Bring dir nur was bei Alex. Bei Chang, Digga. Boah, nicht erst. Oh Junge, was? Digga, was? Ja Digga, ich flieg direkt raus. Ohne Wiedergeburt. Oh mein Gott. Digga! Hör mal auf jetzt! Ey, 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 ey. Ihr Wichsköpfe, Digga. Fickt euch, fickt euch. Jo! Digga, Mann! Weißt du, wisst du was? Gewinnt das Spiel. Eben seht dann das Spiel. Nein, Digga, Junge. Dave ist sowieso am Schwitzen, Digga. Digga, Alter! Aber Igo macht das lässig. Ich wusste gar nicht, dass man mit der Maus lenken kann. Ey! Oh, er hat er nicht. Er hat dich. Niemals. Oh mein Gott! Ja! Bis zum Ende wusste ich nicht mal, dass ich lenken kann mit der Maus. Junge! Wie ist das die Maschine, Digga? Junge! Aha, also was ist Rakete? Guck mal, und jetzt, jetzt, Davis, dass du schneller zu deinem Ziel kommst. Und da kannst du nochmal würfeln, also, ist gut. Ja, aber ich hab ja nicht genug für eine Kiste. Du kommst eh noch nicht direkt ran. Ja, behalt sie noch. Behalt sie einfach noch einen Würfel nochmal. Oh, Jo, Igge! Digga, 93, Schlüssel! Einfach dem ruhig gemacht. Oh, ich wollte gerade sagen, Digga. Igor ist weg, Digga. Igor holt sich die Truhe. Auf lockt er. Auf lockt er holt sich die Truhe, als wär das nicht. Geisteskrank echt. Ja, ich muss ja auch direkt das geklaute Geld ausgeben, Digga. Bei Schwachsinn, das war halt. Das stimmt. Davis, Digga. Pass auf. Ich bin direkt neben dir. Pass auf, Digga. Ich bin jetzt auch noch dran, Digga. Pass auf, Digga. Ja, spreng uns in die Luft, Digga. Pass auf, Digga. Jetzt, Digga. Tschüss, Digga. Ich bin weg, Digga. Ja. Ja. Oh Mann, Digga. Leben sonst gegeben. Auf wen zählt er denn? Nein, ich wollte das nicht. Oh nein, ja, ja, ja. Nö. Ja, das ist gut, Digga. Parcours ist das. Ja, aber gehen sie durch. Ich hasse das. Ich verliere so oft da. 1, 2, 3, let's go. Oh nein. Ey. Nein. Nein. Scheiße, Mann. Ey, fuck. Nein. Oh Gott, ich hasse es. Junge, dieser Anfang, ne? Ich bin dahinter, Digga. Nein. Nein. Digga. Nein. Oh Mann, ey. Nein. Nein. Oh Digga, hier ist doch dieselbe Stelle, Digga. Ich kotze. Ja. Ich schaff das nicht. Hä? Nein. Nein. Ich fick mein Leben. Nein. 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 Ich war drüben. Ja. Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Nein. 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 Oh mein Gott. Nein. Ich fick mein Leben. Ey, what the fuck? So Jungs, das ist mein Game. Let's go. Let's go. Ich sah, Junge. Ja, Baby. Kann ich jetzt runterspringen einfach? Ja, ne? Ja. Ja, ist klar. Ja. 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 Ey Junge. Was bringt das? Einfach aus Prinzip. Einfach aus Prinzip, weil du den Dings gekriegt hast im Pokal. Oh nein. Er will uns beide. Er will mich. Er will uns beide. Er will mich. Hahahaha. Hahahaha. Digga. What the fuck? Was war das, ey? Gib ihm den Schock dran, Davis. Du verlierst deinen Schutz. Ja, genau so. Genau so, Davis. So. Du wirst einen Feind haben. Einen großen Feind. Hahahaha. Teleport Nummer 1, Davis. Wenn kurz vor. Hahahaha. Ich geh da extra nicht lang. Ich dreh ein paar Runden. Hahahaha. Davis so, ich spiel erstmal nicht. Hahahaha. Sieben, Davis. Schafft er nicht, oder? Doch. Ein davor. Ne, ne. Er wäre ein davor gelandet. Guck mal, er geht extra nicht. Hä, nein, Digga. Er wäre genau auch gelandet. Hahahaha. Hahahaha. Boah, Davis. Du bist doch mal. Boah. Alle auf Davis. Nein. Ausweichmanöver. Eingeleitetste. Okay. Junge. Wer nervt denn so? Ne? Ne, Monte. Ey. Ja, was jetzt, ne? Wie war's, Alter? Boah, Digga. Ja. Ey, wie kann man mich denn so nerven? Ey, Jungs. Oh, shit. Ich hab mich so hochgemacht. Nein. Nein. Nein, Digga, Digga. Digga, schlechte Runde, echt. Einge nächstes Mal, ne? Ja, ja. Schaff ich. Ja. Jetzt ein Null. Ja. Geht mich, mindestens zwei. Ja. Aber er kann danach nichts mehr machen. Ich wollt grad sagen, kann er danach aber einen Würfel nehmen. Doch, kann ich nicht. Doch, kann ich nicht. Nein. Ne? So, Jungs. Dann gibt's jetzt eine Sache, die wir machen können. Wir haben Telefon, die wir haben auf Alex. Wir haben Telefon, die wir haben auf Alex. Checkt, wo Richtung's weg. Alles, was wir haben, kriegst du nicht auf Alex. Okay, Jungs, okay, ich bin dabei. So, wie ist das? Ich glaub, ich hab nichts. Ich guck mal nach. Kuh, Kuh. Ich hab Geschenk. Oh, mach Geschenk. Gigalaser, Gigalaser. Ich hab Gigalaser. Mach die Gigalaser auf ihn. Gib ihn. Nicht auf mich, nicht auf mich. Ja, nicht auf Alex. Auf Alex. Da. Ja. Der bringt das jetzt was? Das wär jetzt auch nicht. Der Gigalaser benutzen. Ja, das ist schon okay, Digga. Hau rein, Digga. Ich glaub, du hast es getroffen. Komm auf, Bruder. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Digga, das Ding ist, wenn ich jetzt diese Runde gewinne, dann gibt's richtig Tertz. Es wird dieses Ducken springen. Das ist das Ducke-Zeichen. Das ist das Ducke-Zeichen. Mit diesem Ketten. Ducke-Ducke-Ducke-Springen. Einmal drücken. Nein. Einmal, Digga. Einmal drauf kommen müssen. Ja, ey. What? Ach nee. Krass. Ich hab das einfach vorhergesagt, Digga. Springen und ducken. Okay. Okay. The next game is that. The next game is that. Gott sei Dank. Klar. Warum bin ich ganz hinten? Ich schwör dir, wenn du ganz vorne stehst, du hast am besten. Los, Jungs, los. Ey. Wer ist... Alex, ich muss mal nicht so viel. Hä? Ich seh das nicht. Jetzt geht's ab. Nein! Junge. Nein, jetzt bin ich raus. Wenn du einmal verklinkst, ne? Einmal verklinkst, Digga. Nein! Nein! Oh nein, Digga. Am Ende, ich hab gespanned, Digga. Weil ich einmal verklinkt hab. Ja, jetzt bist du am Arsch, hey Davis, ne? Digga, ich hab aber nichts Großartiges, Digga. Achso, ich dachte, du hast eine Chakon oder so. Guck mal, was du hast. Hab nichts. Oh, toll, guck mal. Abbrüste, ne? Hahaha, du Wichser, ey. Er hat nicht mal überlegt, Bruder. Als wär ich der Einzige, der auf dich geht. Er macht jetzt einen Richtungswechsel, stimmt. Toll, danke. Ja, David, das kannst du dir auch nicht leisten. Du Loser. Scheißendreck. Aber du kannst deine Sache einsammeln und dann kannst du darauf, dass ich gar nichts mache. Geschenk. Kannst du machen. Geschenk. Dann würdest du direkt vornehmen. Oder du ziehst Alex ab und läufst weg. Ist das schlimm? Mach einfach... Ja, gar nichts, Bruder. Doch, du hast einen Münzen. Mach einfach... Nein, hä, was? Ich klau irgendwie Dings. Nein, warte, nimm Magneten. Mach den Magneten und mach auf Alex. Ja. Ne, wieso auf Alex? Achso, ich kann auf ihn. Das geht nicht. Ja. Das geht nicht so weit. Mach Geschenke. Nur auf Alex. Mach das. Zieh ihn ab und dann kannst du laufen. Toll. Aber er hat mich auch abgezogen, du kleiner Hund, Digga. Aber ich hab nicht genug, Junge. Ich hab nicht genug. Der ist doch nicht schlimmer, aber du hast genug, damit du... Du bist aber ein Feld davor. Isam. Was geht, Davis? Isam. Oh, gib ihn eine. Gib ihn eine. Er hat zum Glück keinen Magneten, ey. Ja, komm. Mach doch, Digga, mach. Trau dich, Davis. Okay, Davis. Wie? Alles klar, Davis. Hör nach. Oh, shit. Oh mein Gott, Digga. Boah, crazy, Digga. Oh, das ist... Nein, was? Digga, nein. Ja, direkt reingeschissen gerade. Oh, fuck. Ich hab auch gerade am Ende verkackt. Ja, ja, immer vorm Ende. Das ist krass, immer vorm Ende, Digga. Ich versteh auch nicht. Alter, was? Digga, wie close das aber war. Wie bin ich denn immer letzter in diesem Game? Spiel! Mhm, okay. No! Okay. Okay. Ich weiß nicht, wie das läuft. Das war für meinen Heal, Junge. Allein die sind schnell weg hier, Digga. Als ob er so entkommen kann. Guck mal, wie er läuft, er entkommen kann. Boah! Und aber das ist ein Mechgeschenk. Das ist ein Barbergeschenk. Das ist ein Barbergeschenk. Mach doch auch. Trau dich. Geschenke, 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 Geschenke. Allein! Ja! Warum? Oh mein Gott, er wird sogar geported. Was bringt dir das, Digga? Ja, bringt mir gar nichts. Digga, du standst vor der Kanone, Junge. Ja, Digga, ich weiß doch nicht, was ich bekomme, Digga. Du hörst auf die beiden, Digga. Digga, nur weil ich mich ding sehe? Geht sie wieder. Geschenke, Geschenke. 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 Geh nach unten. Ne. Ja. Die Waffe ist gut, doch. Trust me. Die Waffe ist nicht oft zu bekommen. Da kann auch der Hase drin sein. Was nach unten? Welche Waffe? Ja. Ja, da ist er, weil er seine Position widersteht. Ja, komm. Trust me, Digga. Darauf schütze ich immer. Ja, ja, alles klar, Digga. Was denn? Rechts. Nee, ist gut. Rechts. Ja. Okay. Ja, wie? Du hast eh nicht genug Schlüssel. Hase. Ah, ooooh. Säure ist eklig. Das ist sehr freig. Mach das auf Davis. Warum auf mich? Mach auf Alex. Nein, ich hab keinen Sinn. Mach auf Davis. Schwarz. Ich bin dran, Digga. Mach mal auf Alex. Du kleiner Pisser, Digga. Wer bist du eigentlich? Aber wieso? Mach auf Alex. Warum nur auf Alex? Ja, guck mal, lass uns das verdienen, Digga. Ja, boah. Den hast du verdient, Bruder. Entschuldigung, mein Gott. Jawoll. Oh, das ist cool. Ja, das ist geil. Nice, Jungen. Was willst du denn machen? Wie gern drin? Du kannst einfach nur die Kugeln aufhalten. Ja. Das zählt eh nicht, Digga. Weißt du, das war grauer. Ey, Junge, die Steuerung. Nein. Ich muss grad klarkommen in der Steuerung. Ey, Digga. Der hat mich gehopst genommen, Digga. Zwei auf einmal, Digga. Echt. Oh mein Gott, Digga. Kriegen wir auch Punkte, wenn wir... Digga. Okay. Kriegen wir auch Punkte, wenn wir Tore machen, oder? Ey, Junge, diese Steuerung fickt meinen Kopf, Digga. Warum kommt ihr alle zu mir, Mann? Digga, ist klar. Ja, Junge. Äh. 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 Nee. Zwei auf einmal. Ey, Digga. Junge, wie soll ich das halten? Jetzt mal ernsthaft. Ich weiß gar nicht mehr, wo was ist, Digga. Ich schwöre, Digga. Was ist das? Ich kenne dir alle Scheiße ab. Ich... Oh mein Gott! Was? Ey, höchst mal überhaupt zu schreiben, du hast ein Kind. Ja. Egal, Digga, egal. Ihr drei Wohle gleichzeitig erst. Junge, du spielst doch dreckig dir. Ich hab die Steuerung, hab ich gar nicht klar. Hm, gar nicht gecheckt. Ahlö. 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 Ich fick doch das, du Witzer, Digga. Ah, ich hab nichts gesagt, oder? Alles gut. Ahja. Jetzt Frau Kindergut. Nice. Was für Ahlö, Bruder. Springen, springen wenigstens. Was? Egal. Zwei. Nein! Und ich hab ihm nicht mal genug Schlüsse irgendwie abgeballert. Irgendwer muss auf Alex gehen, sonst hat er Dings. Warum, Digga, ey? Das ist mein erster, ich hab alle einen. Nicht mal einen. Aber wir haben immer wieder vor, als wir wüssten alle auf Alex gehen. GG ein Block Alex. Einmal applaudieren, bitte. Ja, ja. Ja, GG. Einmal bitte applaudieren. Achso, ich hätte Säure von euch machen können, ne? Ja. Hättest du. Ja, warum sagt das keiner? Ich check das ja auch rein. Ich hätte dir nichts gebracht. Ich wäre nicht gestorben. Nee. Nee, das geht zu längere Zeit. Ahlöö. Du hättest Damage bekommen und hättest wahrscheinlich dadurch keinen Trophäen holen können. Hm. Ja. Boah. Spielautomat, Digga, was ist das? Komm, spiel mit mir. Trau dich, Digga. Eins gegen eins. Komm. Wenn dein Mann bist. Nein. Er ist kein Mann. Er lagert nicht genug, ne? Er ist ein Fuchs. Ich glaub er Fuchs. Schelle, Digga. Komm, Junge. Oh, ja. Oh, ja. Das ist wirklich. Also, einfach nur Lärm-Taste, Digga. Ja, du musst die Turm machen bis ganz nach oben. Okay. Und es wird sich nach oben immer schneller. Wer ist oben, Davies? Ich. Ich bin alleine, das ist blöd. Nein. 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 Ey. Nein. Nein. Ey. John, du warst genug nach mir, Digga. Ey, ich krieg den letzten nicht hin. Ja. Junge. Junge, guck mich mein Turm an. Junge, guck dir meinen an. Digga, Davies, was hast du denn gemacht? Davies, du musst auch zwei hören. Ich krieg den letzten nicht hin. Ja? Zwei? Ja. Nein. Jawohl. Monte, Digga. Ein, 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 ein. Aber der war stark, Bruder. Der war richtig. Ich hab genau gesehen, wie du nach, äh, ich, nach dir gemacht hast. Wenn du schlau bist, machst du gleich dein Fast einfach auf. Der kriegt Portal. Oh, der. Oh, der. Oh, der. Oh, der. Oh, der. Oh, der ist in der Mitte des Baba. Nimm mir die Mitte. Nimm die Mitte, nimm die Mitte. Die Mitte ist das Beste. Jawoll. Was denn gesagt haben, wenn du ein Item einsetzt, verließ er dein Schild. Das stimmt. Ja? Aber du könntest jetzt an deiner Stelle natürlich auch einfach dein Geschenk einsetzen. Weil dann könntest du jetzt vielleicht tatsächlich die Kiste bekommen. Vielleicht. 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 Vier. 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 es ist deswegen würde ich einfach kurz das Geschenk nehmen ich sag du schaust das warum? ich schaust nein wenn ich jetzt nix krieg dann kann ich trotzdem würfeln aber ne? ja ja dann machen wir doch öffnen klar Portal armen Leute das ist so reudig Digga das ist recht alle auf Füßern ganz einfach das ist so reudig Digga mach mich mit Jungs danke ah sehr schön aber Hüß haben sei ehrlich Pummelparty witzig gespielt ja sehr witzig gespielt Alter Jungs zwei Pokale habe ich schon also Movements Geschenk oder was? EEEEY gegen Hüß jetzt gehts los wir machen dieses was muss ich machen? Paddelstraßen springen mal Straßenspringen wir machen Straßenspringen wir machen Straßenspringen Jungs warum habe ich hier so Joystick Digga da musst du über die Straße springen halt mit deinem Charakter und ja ok einfach ne X drücken einfach nach vorne einfach nach vorne oh mein Gott euch nicht treffen wer weiß immer über die Straße lieber ja wer hat die meisten Punkte bekommen Noo he's up oh mein Gott oh mein Gott jetzt David's comeback du schaust aus NEIN Davis comeback sag ich doch comeback ja oh 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 Hüßam lets go Hüßam lets go Davis ja Hüßam lets go Hüßam lets go los 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 Jaaaa! Krattu! Krattu! Danke David, danke, zu korrekt von dir! Crazy, okay, okay. Ist das crazy, ey, ja, ich wollte dir nochmal Glückwunsch zu deinem Sieg, ne. Jo, danke, danke. Ich hab jetzt mal ein paar Sekunden gebraucht, um zu checken, was ich machen muss. Ich dachte mir, so wie über die Straße springen. Hä? Was labert ihr? Ja. Gar nichts gecheckt, Digga. Aber dann, ich bin einmal gehittet worden, dann hab ich gecheckt. Oh, tschüss. Oh. Ey. Der Controller voll eklig, Digga. Einfach alles crashen, Digga. Ich kenn sie ja nicht mehr, Digga. Ich kenn sie doch auch nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich knall überall gegen, wo man geht. Ja, jeder kommt, jeder kommt in die gleiche Ecke. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich komm nicht aus dem Badezimmer. Nein, nein, nein. Ich komme, Alex. Nein, Digga, ich bin lustig. Nein. Hast du mich gefickt, Digga? Jetzt hast du John vorgelassen. Ah, John, Digga, wo fährst du hin? Ah, Digga, ich wickst du hin. Deine Junge nervt mich nicht. Welche Richtung, Alex. Nein! Nein, Digga, ich fahre Alex hinterher, Mann. Ich dachte, er kennt die Straße, Digga. Digga, der Scheiß ist doch langsam beenden, Digga. Ey, Digga, wie dann geht das? 150 Sekunden noch. Was? Das geht noch. Das geht noch. Nein, 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 Digga, ich häng fest. Ach du Scheiße, Digga. Diese Steuerung, ne? Ich kann das auch nicht mehr. Oh mein Gott. Nein, ey Digga, nein. Nein! Nein! Lass mich durch. Nein! Hau rein, Digga. Nein, Digga, nein. Es ist ein Stück fest. Und er, Digga, fährt genau das rein, Digga. Oh mein Gott. Ich will die Letzter sein. Habt ihr schon in drei Runden gemacht? Zwei. Digga, so schlecht. Schlecht? Also, bei aller Liebe. Das war jetzt auch echt. Das war jetzt nicht da. Das ist ein Kackgame, Digga. Auf einmal, ich häng da an dieser Tür drei Minuten fest. Nach der zweiten Runde hab ich die Map. Ja, ja, aber dieses Lenken, Digga. Ich bin die ganze Zeit für eine Ecke. Du hängst fest, auf einmal kommen so zwei an. Also, dann fang ich auch da gleich rein, Digga. Ich schwöre sogar. Ich bin eins vor sie bei eins, oder? Jo. Kehrt auf mich, Alter. Ey, warte mal. Nein. Jo, danke. Die vier Schlüssel nimm ich mit. Oh. Er hat nicht genug. Bruder. Was ist los, Bruder? Alex, Bruder. Hast du das gesehen, was du mit dir macht, Bruder? Ja, nix. Du bist weg, Nuss. Ich sag ehrlich. Du bist direkt neben mir, Junge. Oben, 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 oben. Ja, voll. Pisser, Digga. Ja. Mach Säure auf, auf, äh, John. Digga, warum Säure auf mich? Was redest du? Erstmal ist der Eiffel. Wow. Du bist, du bist ja ziemlich, ziemlich... Auf dir. Nein, oh nein. Oh nein. Er kriegt Hasi. Er holt sich den Stahl. Hasi. Warum Hasi? Vielleicht trage ich dir gleich mal einen richtigen Hasen. Oh ja. Weiche Dänen ankommen geschossen, hast du vorsichtig, was du da erleben. Du kannst Doppelsprung machen. Links, rechts. Digga, was? A und D und... Okay, alles klar. Ich hoffe, du bist selbst so. Hey. Digga, wie schnell. Oh mein Gott. Doppelsprung kann man machen. Ja. Ja. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Oh mein Gott, ich bin raus. Eins, zwei. Ich bin nicht raus. Hey, was passiert hier? Boah, habe ich Schaden bekommen? Wo bin ich? Nein. Digga, was? Hä? Was? Ich bin tot. Digga, wie soll man das denn schaffen? Ohne Witz. Wie macht man das? Hä, wieso lebt der noch? Der krasseste Ding. Digga, wie soll man da durchkommen, hä? War eigentlich der krasseste Ding. Gar nicht gecheckt. Alter. Da bin ich drei Füchse hier. John kann die Dings holen, der ja, ne? Nee, kann ich nicht. Nee? Also du bist da, okay. Stimmt, du bist Richtung 6 dabei, gerade. Portal. Was ist ein Portal? Du hast doch ein Portal gehabt, bro. Oh, tschüss. Er kommt einfach so her. Er scheißt. Aber er hätte es... Ich habe drei gesagt. Aha. Trifft uns das alle? Aber warum auf mich? Überleg, Davis hat dich gerade eben angegriffen. Du kleiner Piss. Davis greift dich eben an und du gehst auf mich. Was habe ich mit dir zu tun? Du hast mich hochgebeant. Ja, okay, du hast recht. Pferd. Säure auf John. Kaktus würde ich antesten, damit du dich schützen kannst. Erst weiter. Säure auf John. Sag, hör nicht auf ihn. Gib ihr eine Bombe. Du triffst sie. Du tötst sie. In den letzten Sätzen meine Frassgeist. Gibst ihr eine Bombe und triffst sie. Boah. Und wieder Richtung. Perfekt, Digga. Igge, deine Chance. Hasi. Oh, shit. Boah. Was macht er? Er beschwört Hasi. Ein krasses Monster. Ich merke es schon. Er hat Exodia gerufen. Es gibt ein Problem bei Hasi. Hasi ist nämlich höchst aggressiv. Sie haben zu der rechten einen Alex. Wie lange geht die Runde eigentlich? Achso. Boah. Er macht echt zu, Digga. Er nimmt mich auch noch mit. Hä? Was? Ja, das geht. Für was? Ich will so schwitzen, dass ich nicht so eine gewinne. Wir lieben. Guck mal, ich bin ja frech auf die Runde, Digga. Jungs, Jungs, Jungs. Das ist kein Lack. Baby. Warum machst du das? Oh, Alter. Ege, Digga. Wie weit bist du denn, Junge? Was macht Hasi denn da? Hasi wandert, Bruder. Oh, ja, Mann. Jo, okay, Digga. Ege? Da hast du richtig Lack und kommst einmal komplett durch? Oder du wirst ganz reichreißen? Ja, let's go, let's go. Ja, Digga. Mach doch Platz, Jungs. Versperrt nicht so den Weg und so. Alex, Digga, verpiss dich da. Ey, Digga. Junge, bin ich durchmarschiert, Digga. Junge, bin ich durchmarschiert, Digga. Und jetzt? Hä? Ach, Mann, stirbt oben, oder was? Ich war oben, Digga. Ich bin gestorben, Digga. Wie sagt, Hüß haben 107 und wir nur 106. Ich hab 105. Weil er erster war. Ich war erster. Nein! Nee. Ich bin als erster. Ja, ich bin als erster da. 106. Ey, warte mal. Kriegt man nochmal Punkte, wenn man hochkommt. Ich glaube, ja. Toll. Ey, Digga. Das wusste ich auch nicht. Warum muss dieses Auto dann da gerade... Tschüss, Digga. Ich war auch nicht. Junge. Ja, das wusste ich auch nicht. Ja, Wolski, Jungs. Alter, Hüß mit dem Portal, Digga. Der kann sich die Kiste holen. Ja, ich hab viele Dings. Kannst du nicht. Also, das ist besser. Digga, das lohnt sich nicht. Ich hab nur 10 Läden. Woher? 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 Oh nein! Ich wollte nicht. Ich wollte rausgehen. Ich wollte rausgehen. Hä? Ich wollte rausgehen, Digga. Guck mal, wie er mich machen wollte. Digga, Mann. Ich hab Aura Level 100. Kein Ding, Jungs. Kein Ding. Ich hab euch da auch. Hab euch da auch. Du bist ein Macher. Ich wollte wechseln auf Handschuhe, Digga. Und dann Alex raussagen. Wenn du mich gerade eben auch gefickt hast, Digga. Das ist Karma. Wieso kriege ich die Schlüssel raus? Und er ist bei Hasi. Ja, aber ich bin gleich weg von Hasi. Aber Hasi geht doch weiter. Aber Alex stimmt auch noch weiter. Ich kann ihn noch in Ruhe streichen. Er ist nicht so aggressiv, wie du sagst. Pass mal auf, Digga. Und Igge läuft sein Ding weiter. GG ist sein Igge, Digga. Oder Alex. Vielleicht hab ich Alex gerade dicken geholfen. Aubergine auf Igge. Ich hab 20 Schlüssel. Aubergine auf Igge, wer will? Warum, Digga? Ohne Sinn. Ich wollte das nicht, aber ist auch gut gemacht worden. Nein, Digga. Ich wollte eigentlich... Ja, ein von den weißen oder schwarzen. Grund. Jawoll, Digga. Die Boubergine. Jawoll. Oder den Honigfall. Lecker, lecker. Ihr Dreckigen. Ihr habt doch nur Angst, weil ich die Games gewinne. Das Ding ist, ihr dürft nicht vergessen. Nein. Das jetzt kommt, Digga. Hüsam und ich werden Dreckige. Ich hab immer noch genug Schlüssel. Es geht ums Prinzip, ne? Ja, genau. Drei Schlüssel eben nur abgezogen. Dammit. Aber ist okay, er ist ein Pusser. Auch nach oben. Oben, ja. Dave ist die ganze Zeit dein Kreislauf, Digga. Warte, warte. Oh, okay. Ah, Babybeer, sorry. Auf Alex fällt's. Oh. Ich will Hasi in Action sehen, Leute. Ja, da müssen wir hier in der Nähe sein. Oh, hä? Was? Ach, der Fläger muss staubsaugen. Ah, okay. Ja, ich weiß, was zu machen ist. Muss ich in den Sandkasten da vorne, oder was? Ach so, ihr buddelt euch runter. Okay. Ist das schlauer, sich die ganze Zeit nur runter zu dingsen? Ja, ja. Oh, nee. Ach, man muss diese Teile einsammeln. Hey, was geht, Ege? Es geht. Finger weg von meinem Stein. Finger weg von St. Crystals. Finger weg von meinem Bier, Jungen. Hä? Was? Ich hab den Schatz gefunden, Digga. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich hab den Schatz gefunden. Also du hast gewonnen. Also du hast die meisten Punkte jetzt bei vor. Scheiße, ey. Zweiter, glaub ich. Letzter, Digga. Letzter. Movements mit einem dicken Move, Digga. Ich bin hell. Leute, ihr habt einfach nicht genug D-Max geguckt und diese Berg-Power geguckt. So. True. Ich hab früher voll auf D-Max geguckt. Ich auch. Gib ihnen einen, Herr Leris. Das ist keine Freunde. Ja, ne? Ja. Ah, jawohl. So. Oh, Junge. Damit wir das mal geklärt haben. Oh, shit. Oh, shit. Alec. Das ist jetzt auch noch vorgelegt. Das macht eine Runde. Hau ab, hau ab. Im Kreis laufen, im Kreis laufen, im Kreis laufen. Los. Wenn du Eier hast, komm, nimm die Schissen. Wenn du Eier hast. Ja, du. Kleiner Pisser, Digga. Schau mal vor, hier ist Richtungwechsel. Hase läuft auch in eine Richtung. Dann war's das für Davis. Mach mal. Nein, doch. Nicht nur auf Alex gehen, das wäre doch scheiße. Ja, stimmt. Da hat Digga seine zweite Tue. Dann auf den. Wundervoll, Digga. Oh, schmeckt das, Digga. Digga, da bin ich aber ganz schnell weg, Digga. Okay. Okay. Soll einfach nicht sein, Davis. Proben. Richtungswechsel. Richtungswechsel. Nein. Er kommt hinterher, Digga. Du bist nicht. Du bist nicht. Guck mal, wie du das aufschrauben musst. Wenn du niemandem gesagt hast, dann solltest du mich angreifen, Digga. Geh auf, Jan. Geh auf, Jan. Geh auf, Jan. Geh weiter. Geh schick weiter. Geh schick weiter. Boah, bist du gebumst, Bruder. James, Digga, du Arme. Weih, 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 weih. Oh, guck mal, guck mal, aber du kannst dir gleich große Waffe holen. Ja. Ja, ich hole. Hüsam, mach die Shotgun, Bruder. Mach das. Ich hab keine Shotgun. Du hast die, ach so, nimm den Handschuh, Bruder. Klar. Geh, Hüsam, du weißt schon, ich hab ne Shotgun. Aber das bringt nicht. Aber du bist tot, Bro. Aber Davis, vergiss nicht, er hat ne Shotgun. Ja, aber ich hab dir hier nichts getan. Nein. Ob das eine Rolle spielt, Digga, ob das eine Rolle spielt? Ja, er hat auch gerade gesagt, schieß. Vergiss das nicht. Oh, ist er, die Kiste? Ach, da, okay, alles klar. Let's go. Oh, der gute alte Scheiß. Und Hase geht weiter. Oh, Mann, Hase macht kein... Oh, 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 nein. Hase, Digga. Oh, nee, ich hasse das. Okay, ganz gut. Alex, lass auf 1, 2, 2, 3, 2. Nein. Na, ja, dann muss ich... Die Klappe, Digga. Vergiss dich, Digga. Oh, man darf nicht in die Säure rein. Erzähl doch mal, Digga, Jungs. Oh, was ist das Ziel? Oh, mein Gott. Scheiße. Oder? Digga, wie lebst du noch? Digga, das wusste ich überhaupt nicht mit der Säure, ey. Oh, oh. Nein, ich bin einfach runtergefallen, Digga. Ich bin einfach reingefallen. Digga, das war... Habt ihr es gesehen, Digga? Ich weiß selber, keine Ahnung, wie ich es geschafft habe. Oh, Alex holt sich die. Schießt er mich weg? Ja, klar, du. Das... Er holt sich die. Ja, ja. Mit 28 Schlüsseln. Ah, nee, das ist... Ja, ja. Lutsch. Meine Eier. Jedes. Hellig. Ja, jetzt war's echt kritisch langsam, Digga. Kannst du gar nicht, du Lutsch. Bruder, ich hab doch gar keine Schlüssel, Digga. Was bringt dir das? Digga, du bist ein Dreckshaube hinter die Erden. Hey. Sag sie dir, Digga. Er sagt sie dir, Digga. Digga, wir sind alle auf einem Spot. Und Alex, Digga, das werde ich dir nicht vergessen. Da möchte ich auch noch sagen. Aber Alex kann... Oh, Alex. Oh, Alex. Ich bin auf der anderen Seite von euch. Komm, teleportiert mich an. Ich mach nur, bevor du da bist, Richtungswechsel extra. Oh, Schatkan, du triffst zwei. Oder Bomben, du triffst drei. Boah. Warum mich? Warum mich? Das ist die Frage. Nein, nein, nein. Mach beide gleichzeitig. Du kannst beide... Ja. Samamsäge. Du hast mehr auf mich gemacht, als auf mich. Voll partei, ja? Ja, ist so. Weckes, Digga. Kleiner Gött. Kleiner Gött, Digga. Oh, auch noch ein Hasen. Noch ein Hasen. Digga, er macht die ganze Hasenfarm auf. Doch, Rakete. Safe-Rakete. Du nimmst die Schlüssel mit, Digga, und dann hast du die Kiste. Halt deine Fresse, Sam. Ich helfe ihm mal ein bisschen. Warum hilfst du ihn denn? Vielleicht kriegt der Alex noch weg. Nee, er kriegt mich weg. Wow, Digga. Keine Schlüssel? Du meinst, deine Schlüssel waren... Oh, eins. Zwei. Ist das frech. Boah, Davis, Digga, jetzt, Digga. Rüstungswechsel. Nein. Schwitzen, Digga. Ich hab fast... Hasi, komm. Hey. Hasi, du sollst dich mal bewegen, Digga. Ja. Mach verteidig so. Wofür, Digga? Das ist gut, bring ich mich, sorry. Alles gut, alles gut. Ja, Schutz für was, Digga? Bin ich kein Torhüter. Ja, dann hast du es die ganze Zeit. Ich will mal aktivieren. Bring mir... Scheiß auf, Digga. Geht ja nicht weg, nur... Ja, komm, Abfahrt. Eins, zwei... Ich würde hochgehen. Nee, ich soll die Schlüssel... Ich muss recht gehen. Doch, die Schlüssel kannst du einsammeln. Nein, haltet doch einfach eure Fresse, bitte. Oh, schmeckt. Oh... Digga! Das kann doch nicht sein, Alter! Easy. Was denn das? Nein, nicht nur die, Digga. Oh, fuck. Ach so. Oh, scheiße, Digga. Oh, fuck, Digga. Was habt ihr für Reflexe, Jungs? Fuck. Okay. Ah, scheiße. Nein! Oh, mein Gott. Ah. Mehr hat da gezittert. Ich nicht, ich nicht. Digga, wie ihr alle ausgezeichnet bekommt. Digga, crazy. Ah. Jungen, zweit mal ne Mitte. Oh, mein Gott, das ist knapp. Nein! Digga, ich bin letzter, ey. Nein. Ja, Alex kriegt die nächste Kiste, Digga. So was Geiles, Digga. Ich krieg Schutz, Digga. Als zweiter, Digga. Ich hab schon, wie am besten. Oh, John fehlen Schüsse. Ja, Alex, hol die Kiste. Ja, nee, er tauscht mit mir. Toller Typ. Er macht in der Mitte. Mal gucken, mit wem er tauscht. Kann auch sein, dass Hase mich jetzt fickt, ne? Ja, fick dich. Stimmt ja. Du kannst dich nicht bewegen, ne? Hase fick dich. Hase fick dich. Ja, ich bin eh noch ein zweites Portal. Davies. Ahaha. Wie sich eingelassen hat. Ahaha. Hallo, Kaktus. Moin, Kaktus. Oh. Gib ihn eine. Drück ihn eine. Geschenke. Hat Davies genug vielleicht? Jawoll. Boah. Komm, Davies. Your time to start. Aber war Hase gerettet. Komm, Davies. Drei. Davies, wir finden zwei. Drei oder vier. Zwei. Drei oder vier. Wir finden zwei. Ganz entspannt. Drei oder vier. Eins. Sechs. Sechs brauchst du, aber du schaffst du nicht. Drei oder vier. Männig. Ja. Okay. Ja. Ja. Oh, gut. Ja. 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 Ja, gut. Na, was holst du aus deinem Zauberhut? Ja. Hase. Oh, Hase. Gibt da noch eine? Hinterher. Ich denk mal schon. Kann man zwei haben? Der andere verschwindet. Echt? Boah. Das wäre kacke. Du laberst. Ehrlich. Oh, gut schon. Als wenn. Das wäre jetzt richtig behindert. Also, sieht jetzt nicht so aus. Hä? Guck aufs Welt. Guck aufs Welt. Das ist weg. Oh, man. Toll. Einfach vor Davis. Von mir wurde ich auch nicht hier gerade schon wieder weggebumst, Digga. Von Arne. Na, was? Von dir. Ich kann was an Bitchen wussten. Ich war gar nicht da. Oh, Digga. Crazy, Mann. Hey, Digga. Zu Davis. Zu Davis. Aber dann kann ich ja nicht rauf. Ja, aber... Da kannst du sowieso nicht, dann. Du kannst nur mit einer Person tauschen. Du kannst zu Davis teleportieren. Na egal, komm. Ja. Das machen wir, ne? Als der große Davis kam mit seiner Hundekraft, da hat Sport ihn zum Dev gemacht. Sogar Sandy hält ihn für einen Psychopath. Lauf. Ja. Schade, das ist dein eigener. Ja, scheiße. Hab ich schon gefreut, ey. Ehrlich, mal Hase Action, ey. Oh, nein. Ach, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Das ist ein bisschen schneller, als das für angezeigt wird. Ja. Was? Was? Ey, ich seh mich gar nicht mehr. Digga, ich sterb nur, Digga. Ich bin nur am sterben, Digga. Digga, ich bin echt nur am sterben. Digga, ich spawne, Digga, ich sterb. Nein, Digga, ich schummelt. Bei Gott, ich schummelt. Wie Alex, Digga. Digga, wie er schummelt, Digga. Alex bant seine Dings. Kann man auch Leertasse drücken oder so? Du musst die Skills haben, Digga. Du musst die Skills haben, Junge. Du musst die Skills haben, Junge. Alex und ich, Digga. Nein, ich, Digga, wow. Ist das schlecht, Digga. Ist das schlecht. Igor Ignatius, der dritte, Digga. Ich war Schlitzer, Digga. Mit Controller, ne? Mit Controller. Digga, ich bin siebenmal respawn gestorben, Digga. Gönne Geschenke, Geschenke. Ah, oh, oh. Ah, oh, oh, oh. Nächstes Mal, Alex. Nächstes Mal, ne? Jetzt musst du geschenken. Ah, 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 ah. Digga, Alex, du kannst alles zurück. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ja, gefickt. Fast im Gefickt. Und auch vielleicht, Jungs, good night. Good night, David, nacht. Ja, Jungs, voll. Digga, ist das nicht durch. Ey, fuck it, ey. Hüsam wieder zu viel reden musste. Weil Hüsam wieder zu viel reden musste. Mach mal, ey, Jungs, mach mal Richtungswechsel. Immer noch eine Runde, aber keine Chance. B7. Richtungswechsel? Ja. Och, Mann. Warum hast du noch ein, Digga? Oder Geschenke. Geschenke kannst du ja auch noch lösen, ja. Ah, ne. Ah, ne. Wir sehen, Digga. Hast du so ein Feier? Alter, macht nix. Und wie, der geht nicht bei Can Ram. Oh, nö, ich hasse auch das Gehen. Ich verliere jedes Mal einen Punkt von Nicker. Das Spiel haben die meisten Punkte am Ende gewinnt. W-H-A-S-T. Gegenstand benutzen. Ah, Digga, ist das kacke, ey. Oha. Ah, nix, Digga. Junge. Bin ich jetzt tot, oder was? Ich bin tot. Digga, wund... Ja, nix, Digga. Ja, okay, Digga. Digga, Digga. Wir sind geflogen, Digga. Ey, Alex, John, Digga. Ey, Junge, was habt ihr alles? Was? Ey, warte mal, Digga. Boah. Junge, ich werde nur nach hinten geschubst. Ey, ich töte mich selber, weil ich runterlaufe, Digga. Nein, Digga. Ey, ich hab mich selber geschützt, Digga. Ich sag ehrlich, ich spiel gerade Controller und Mauskombi. Ich... Was? Ich bin dran, Digga, du dreckiger. Ich krieg nur auf die Fresse, Digga. Ich bewege mich jetzt mit dem Controller, Digga. Ey, ich hab gewonnen. Minus drei, Digga. Was? Wir haben alle, ja, Minus alle, weil wir selber getötet wurden. Weil wir runtergelaufen sind. Da haben uns nicht wirklich gegenseitig gekillt, wir haben uns runtergeschubst. Du musst jetzt auch nicht, dass wir so scheiße sind. Ja, jetzt kannst du dein Geschenk noch einsetzen, weil sonst ist es recht zu Ende, Bruder. Ja, das ist die einzige Chance für Geschenke, Geschenke. Ja, letzte Runde ist das. Ja. Let's go! Oh nein. Oh! 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 Ich fiegt mein Leben. Er hat's einfach. Ich fiegt mein Leben, ist das recht. Was geht ab? Hoch, oh, what? Oh! In der 90. plus 11 macht er noch das vierte Tor, Digga. Na los, Leute, geht doch, du hassen, Digga. Es geht. Es geht. Komm, Davis, hol dir doch die Zeile. Ja, kann er nicht. Scheiße, falsche Richtung, ey. Bombe. Bombe, Bombe, Bombe. Auf Füßer. Ja, mir egal auf wen. Wirf sie einfach. Hauptsache loswerden. Auf Can. Auf Can schaffst du. Warum denn auf mich? Warum, was hat immer ich denn damit zu tun? Ja, genau, auf Can. Was habe ich denn mit dem Scheiße zu tun? Geh auf Can. Digga, du bist zwischen uns. Auf Can schaffst du's. Jawoll. Er schwitzt, er schwitzt. Er schwitzt auf uns, er schwitzt auf uns. Er schwitzt auf uns. Schafft er nicht. Er schafft. Er schafft. Davis, Digga, Ehrenmann. Bitte nehmt ihr, Davis. Bitte nehmt ihr. Ja. Hallo, Davis. Hallo. Ja, die Digga, ich sehe, dass kommt. Ach, shit. Ich hau ab, ne? Du mixe, ne? Oh, schau. Ich bin für die jetzt ein 7. Scheiße, bringt eh nichts, Digga. Bombe. Der bringt nichts. Bombe. Doch, du triffst, süßer. Ja, los, wirf auf mich. Du triffst. Let's go. Ich hätte auch immer so ein Oberginie gehabt, ey. Nimm mal, nimm John, nimm John. Komm, geh weiter. Geh weiter auf John. Digga. Wo ist die Leiche? Da fliegt sie. Boah, Ege, willst du noch mal wissen? Ege, komm zu mir, wenn dein Mann ist. Oben. Du kriegst die Kiste, ne? Nimm. Zwei Felder, ey. Wäre das knapp gewesen, das wäre so geil. Paum. Oh, du hast fast was bekommen. Alles gegeben, Digga. Hast aber alles. Kleine Steine. Geh nach oben, komm zu mir. Geh nach oben, komm zu mir. Geh zu der Gang. Oh, Alex. Jetzt geht's los. Geschenke, Geschenke. Ich verschwinde. Einfach aus dem Schaub gemacht, der Typ. Spielen wir noch eine Runde jetzt? Ah, sieh. Komm, einmal Action-Hasi. Nichts passiert. Wer wäre gewesen, wäre Alex da geblieben. Ich glaube, ich habe extra weggegangen. War ja relativ even, ne? Geile Runde, hat echt Spaß gemacht. Willkommen bei den Pummel-Wuchers. Jetzt gibt's noch extra Dinger, ne? Ja? Ja? Also kann ich sogar noch verlieren? Darüber schon. Crazy. Ja, Digga. Move, guys. Stark. Clap in the chat, clap in the chat. Stark, Davis. Alle seid ihr auf mich gegangen. Igor, ne? Ich? Hüsam. Was? Hüsam, sehr schön. Danke, danke, Jungs. Nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht. Alex. Wir haben am meisten Männisch wieder Alex. Ja, sehr schön. Clap in the chat, clap in the chat, Jungs. Sehr stark. Clap, 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 clap. Guck mal, ich kriege noch eins. Ach so, das ist schon Ende? Hüsam. Hätte gehofft, es geht mehr an Hüsam. Clap, clap, clap. First round, first win. Ja, dann Hüsam. Danke, Jungs. Anfängerglück. Anfängerglück. Okay, Jungs, ich bin heimlich. GG. Pummelparty-Profi, ich hab's euch verschwiegen. Ich hab das Game eigentlich gesüchtet. Genau. Ich hab's gemaint, das war Main Game. Ja. Scheiße. Sehr schön. Marc, helf mich im Kiebel. Egal, ich bin zweiter noch geworden, Jungs. Bam, Digger. Bam, Digger, hier. Oh, fuck, Digger. Bin ich jetzt tot, wenn man? Ey, Hüsam, Digger. Ey, Digger, Ege, wie kannst du mir ausweichenden Haken geben, Digger? Max, zock. Ey, Ege, Mann, Digger, er ist MMA-Fighter geworden. Kommst du mir rein hier, komm mal her, du Hund. Nein, Digger, Alex auch, Digger. Ich bin kein guter Baby-One-Striker. Boah, Digger, ich wusste das, Digger, Ege. Digger, Ege verteilt hier Bomben, Digger. Alex. Digger, Junge, ich bin viermal gegen Ege gelaufen jetzt. Ist er noch an, oder was? Digger, Ege haut mich tot. Windelweich verprügelt, der Junge, mich. Ja, war gut, Jungs. Digger, Junge, Ege, Mann, reicht. Weg mit euch, Digger. Komm her, Digger, Bot. Davis, komm. Nein, ich bin rausgetraut, Digger, scheiße. Jalla. Jalla. Weg mit dir, Digger. Weg mit dir, Davis, Digger. Junge, ich steh doch nur da. Ey, ey, Digger, von hinten ist unfair, ich schwör. Ich tipp dich gar nicht, kommen sie. Ja, hat ja eigentlich jemand schon mal gesagt, dass du ein aggressives Stück Scheiße bist. Allein ein aggressives Stück Scheiße. Na, hau dich ja einfach. Einfach vom vierten Platz runter. Nein. So, Digger, es reicht jetzt, Digger. Doch, Digger. Bär, Digger. Was ist? Bis dann. Jetzt ist Schluss. Komm, Digger, komm. Hey, ich bin rausgetraut, Digger, kacke. Oh, hol dich doch mal. Hol dich doch einmal. Komm. Weg mit dir, Digger. Ja, was, Digger. Davis. Nein, Digger. Wollt ihr solo du, oder wann wir flesschen gehen? Okay, weg mit dir, Digger, weg mit dir. Weg mit dir, Digger. Digger, ich warte nicht lang, ich hab keine Zeit. Weg. Weg, Digger, spring. Starte. Max, 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 Max. Ist kein탐 mehr Frank, weiß ich, Luca. Wollt ihm ich mich drauf nach sein. Wie geht's? Du. 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 S pragen.